So Leute, und damit geht's weiter mit Breath of the Wild. Willkommen zurück vorweg. Könnt ihr gleich mal ein Like da lassen, wenn ihr Bock drauf habt. Genau, wir waren ja in der Eislandschaft und haben da den Turm aktiviert und ein paar Wildschweine und andere Viecher abgeknallt. Ein Elch und noch irgendwie so eine Mutation von einem Nashorn und weiß nicht was. Holy Jesus, what is that? What the fuck is that? Ja, sehr interessant aus. Dahinten ist ein Schrein. Ja, okay, dann lass uns doch vielleicht direkt zum Schrein gehen. Warte mal, wo ist jetzt der Schrein hin plötzlich? Wo ist der Schrein hin? Jetzt habe ich die Kugel da hinten hin. Was richtig ist. Hä? Haben wir es jetzt schon geschafft? Glückwunsch. So, dann nochmal, 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 nochmal. Lauf, lauf. Ja, wir haben es. Ich mach mal ganz kurz wieder meine Schlauigkeit. Fördern. Yeah, und drin ist? Oh. War der schon immer da? Es gibt in Japan nur Anime. Es gibt nur Anime und nicht gut bezahlte Jobs in Japan. Mehr gibt es da nicht, denke ich manchmal. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, ich hoffe, ich treffe jetzt mal nicht auf den Neuen. Jetzt gleich steht er einfach so neben mir, denke ich, Hm, wer bist du denn? Und haut mir einfach so das Schwert über den Kopf. Ich hoffe, der Typ steht jetzt gleich nicht wirklich neben mich. Ah ja! Nein! Oh Gott! Junge, was willst du von dem Typen? Der Fettsack! Äh, oder habe ich gut... Few inches later. Ah, nein! Nein! Ich bin doch nur zum Schreien! Boi, Minion! Was geht? Alles klar bei dir? Ich bin es da noch gar nicht mit dem Spiel weit, aber ich möchte gegen dich kämpfen. Warte mal, erst mal gebe ich ihm Headshot. Jetzt kassierst du, Bro! Boom, boom, boom! Zack, zack, zick, 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 bum! Und noch mal willst du auf die Fresse, oder was? Ja, komm her! Und noch mal! Rums macht's hier! Boom! Ey, ich hab doch... Ich hab doch... Das ist ein schwieriges Wort, ne? Was macht er jetzt? Ah! Das sind drei weiße Leute! Jetzt chill doch mal! Yeah! Junge, und jetzt hau dem weg! Boom, boom, boom! Mal guckst du so, hä? Hast du jetzt ganz schön auf die Eier bekommen? Hunger, wann ist das Marsverschmeld eigentlich noch mal kaputt? Und jetzt... Digga! Hörst du so auf die Eier, Digga! Oh! Was ist das? Oh mein Gott, was war das denn? Was war das denn? Ey, Digga, ich schaff es nicht! Bild zu drücken! Und dann wieder irgendwas dazu machen! Das geht nicht! Und irgendein Spaß hat auch gesagt, ich soll im Headshot gehen, dass es unmöglich ist! Ich hab ganz... Alter! Beschlecht... Danke für die Wahrnehmung, Alter! Das weiß ich aber auch selbst! Also den Kommentar hab ich gebraucht, du bist schlecht, Alter! Es war in diesem Moment, dass er wusste, dass er mich verletzt hat! Einen Menschen in meinem Leben sehen, der mit so einem schlechten Ökürb gegen den weißen Leunen fightet! So! Wenn mir jetzt einer schreibt, hier kann ich doch mit drei Herzen und mit Naruto machen! Boah, der wird wirklich für drei Wochen ausgeblendet! Aber danke, Leute, dass ihr mich nochmal so unterstützt habt jetzt bei dem Fight, dass... Äh... Das weiß ich echt zu schätzen! Das, äh... Freut mich echt! Dass sich dann dafür jetzt so viele interessiert haben und auch schön mitgefiebert haben! Das war echt sehr nett von euch, Leute! Danke ich euch nochmal für! Aber jetzt müssen wir mal dat Ding nach oben schleudern! Und Stasis festhalten! Hier öffnen! Wo was drin ist? Ein kleiner Schüssel! Und damit hätten wir eigentlich schon dat Ding hier fertig! Ihr Arjan, wenn ich das jetzt sehe, Lost X-Session, wenn mal wieder schlecht! Dann bist du leider für diesen Stream schon mal raus, Digga! Tschüss! Ich seh dich vielleicht im nächsten Breath-Dewide-Stream! Also ich hab eigentlich grad gesagt, jo, jetzt können wir mal alle uns wieder beruhigen! Aber wenn du dann sowas doch mal raushaust, dann kannst du dich erstmal verabschieben für heute! Wir haben nur sechs Feuerpfeile, ey! Kann mir mal jemand sagen, wo man Feuerpfeile fahren kann? Oh, ist das die Truhe? Bist du der Einzige, der hier auf dem Berg lebt oder lebt hier noch irgendwer anderes? Lol! Ein Octorok? Ben wohnt jemand nicht auf diesem Berg, Octorok? Ja, hallo, was geht? Ben ermordet ihn! Ja, was soll ich machen? Oh, es freut mich so gut aufzusehen! Ihr konntet bei mir doch tatsächlich besänftigen! Deine Belohnung überreichen! Bitte mit dir in der Inhalt dieser Truhe! Und du wirst sicher Verwendung dafür haben! Holy moly! Holy moly, der Geier! Ich küsse deine dicken Flügel, Mann! Alter Vater, Mann! Was? Fuck, die Police! Komm, es zeigt doch die andere Krass! So nice! Reckengewand! Oh yeah! Musst du noch finden, der Grone Daruk befähigte ihn! Markiert ihr die? Oh, Ehrenfrau! Sprich mal ein paar Jahre nackt an! Warum wollt ihr denn meine Vorlieben hier schon wieder ausüben, dass ich hier schon wieder die Frauen nackt anspreche? Alter, geh mal mehr, ne? Nein, Spaß! Ich bin ein ganz netter Typ! Gehe angezogen zu den Leuten! Was ist denn, wenn ich immer damit anspreche? Ich möchte da jetzt keine GILF haben, aber trotzdem! Nein, Spaß! Oh, Link! Oh! Siehst du geil aus, bitte! Bitte, bleib doch weiter so! Nein, ich möchte noch weiter! Oh! Nein, bitte! Ja, okay! Das Bett ist oben! Ja, okay! Ich komme gleich! Ist ja gut! Alles gut, ich bin schon oben! ded 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 Copy ded 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 Sondern ing s-ne an de 令 Yaga sag grad das sah grad so aus der A steht da mit dem Arsch Ella läu ne guckt so .. n dem so G-iiy! Wenn du die Waffe vom Neuen hast, werde ich mich inbenennen und du kannst entscheiden, wie ich heiße. Ich lach mich. 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 Ich lach mich.